Grüezi miteinander und herzlich Willkommen, das ist Ihr Scheisswetter vom Tag. Ja, momentan erleben wir einen freundlichen Mixus, richtig weiss und komplett beschissen. Wer also das Gefühl hatte, in diesen Tagen an den See zu saufen oder in die Paddy zu sünnen, der hat maximal verkackt. So, wir gehen jetzt raus zu unserem Wetterkorrespondent Hans Sturm. Wie sieht die Situation aktuell bei dir aus? Habe schnell deine Fresse, Mann, ich muss... Ja, wer in diesen Tagen verrossen ist, dem geht das wiesen Arschloch-Wetter einfach nur noch grauenhaft auf den Sack. Sturmtief Bernd oder wie dann Nuttenbengel heisst, spielt sich gerade auf wie der krässigste Motherfucker. Das ist gerade die grösste Afikerei, wie soll ich sagen, gegenüber allen Bäumen und der Natur. Zurück ins Studio. Ja, die Prognose für die kommenden Tage ersparen wir uns an dieser Stelle, weil es einfach nur abfuckt. Wir von Ihrem Scheisswetter wünschen Ihnen, dass Sie aktuell in den Ferien sind und sich der Shit nicht mehr tun müssen. All den anderen viel Spass beim Zuhaiehängen im Sommer. Stell die Scheisskamera ab! Zurück ins Studio. Da kommt der Scheisswind blöd. Ja, ich schaue in die Kamera und sehe, ich nehme da... Du rund... WAAAH! Wer also das Gefühl hatte, müsse in diesen Tagen an den See sünnen oder in den Bad zu saufen. Fuck Schade! Scheisse! Ich habe gedacht, ich mache weiter! Kannst du mir sie wirklich fast an den Grinch schmeissen? Ist eigentlich scheisse geil. Grauenhaft auf den Sack. Wetter einfach nur noch grauenhaft auf den Sack. Sturmtief Bernd oder wie dann Nuttenbengel heisst, spielt sich gerade auf wie der krässigste Motherfucker. Auch aus komplett fest an dem Motorfucker. Tja längst weiter. Schöche! имokenn ZAIT Danke, ult�. Möchen